Hey Leute, heute mit etwas Privaterem, ich weiß es noch nicht, mit bestimmten guten Titel abgeben. Ich meine, wie immer, wenn ich mich einfach vors Mikro setze und das zum Besten gebe, was mir gerade so durch den Kopf geht. Die Beiträge Erholung am eigenen Beispiel und gesunde, positive Maskulinität sind beispielsweise genauso entstanden und das Feedback dazu war jeweils der Hammer. Ja, macht mich nahbarer, hieß es da unter anderem und das ist was, was ich grundsätzlich mit dem Kanal erreichen wollte. Also nicht mein Leid bei euch ausheulen oder was ähnliches, sondern euch an meinem Prozess teilhaben lassen. Euch zeigen, dass ihr nicht die einzigen seid, die ab und zu zu kämpfen haben. Dass man sich von Zeit zu Zeit auch mal anzweifelt. Ich bringe euch hier zwei Beiträge die Woche, die dem Prozess nicht mehr live entsprechen. Nein, absolut nicht. Grundlagen, die ich im Coaching nutze, die mir immer wieder auffallen und von vielen nicht verinnerlicht sind. Dinge, die euch weiterbringen können, die ich am Anfang meiner Persönlichkeitsentwicklung genutzt habe und die ich jetzt weiter verfeinere und perfektioniere, damit sie euch so weit wie möglich bringen können, damit sie euch helfen können. In letzter Zeit muss ich aber zugeben, es kommt so vieles ins Stocken. Ich hangel mich von Gastbeitrag über Zuschauerbeiträge hin zu Themen, die ich nicht mehr wirklich so fühle. Oft ist es so, dass ich mir vor den Kopf schlage und mir denke, wie kann er das nicht wissen? Das ist doch offensichtlich. Ist es scheinbar nicht, denn die Vielzahl der Leute hatte noch keine wirklichen Berührungspunkte oder die Not tatsächlich den Arsch rumzukriegen und diese Dinge auch anzuwenden? Daher befinde ich mich quasi in einer Dauerschleife aus immer denselben Dingen, die ich versuche zu vermitteln und arbeite eine riesige Liste an Fragen und Punkten ab, die in Coachings oder als Rückfragen kommen. Dinge, die selbstverständlich für mich sind. Wenn man auf den Discord schaut, es kommen neue dazu, die noch voll am Anfang stehen. Aber meine Moderatoren zum Beispiel werden dasselbe Problem haben. Die haben den Rang bekommen, weil sie ähnlich weit, wenn nicht sogar weiter im Prozess bzw. in Teilbereichen sind. Weiter als ich. Seht's mir nach, wenn ich das hier mal so plump zusammenfass und manche jetzt nicht explizit erwähne. Nur so als Beispiel. Marty mit seinem Wissen über Ängste, durch den ich überhaupt erst auf das Buch Grundform der Angst gekommen bin. Benny mit seiner Art, die Leute aus ihren Illusionen rauszuhauen oder halt Schellen zu verteilen, wo sie am meisten gebraucht werden. Dom mit seiner extrem rationalen Art und Unbedürftigkeit, die er aus seiner kurzen Ehe damals entwickeln musste. Melanie mit ihrer Empathie und gerade als Frau extrem reflektierten Art in Sachen femininer Polarität. Jan, der zwar Rückschläge erlebt, wie wir alle, aber sich so den Arsch dafür aufreißt und dadurch stetig Schritte macht, die bei mir damals länger gedauert haben. Zusätzlich ein wirklicher Großteil der Leute, die in Gesprächen mit mir sind und deren Geschichten ich danach weiter verfolgen darf, wenn sie Wochen oder Monate später von sich hören lassen. Das ist es, was mich anfangs so sehr motiviert hat. Da sehen wir aber, Motivation ist nicht alles. Denn damals ging es für mich auch sehr viel schneller vorwärts. Und es war eine Aufwärtsspirale, das zu sehen und gleichzeitig in enormer Geschwindigkeit irgendwie immer mehr über mich selber rauszufinden. Und es auch nutzen zu können. Aber wie vermutlich alle von den genannten Leuten, ich kann an der Stelle nur für mich und ein paar wenige sprechen, die das mir gegenüber auch so kommunizieren. Irgendwann kommt der Punkt, da hat man so viel gegeben und will so viel mehr. Man will das Momentum halten. Da frustriert es einen selber, dass es nicht so läuft, wie man es gerne hätte. Ich würde es als Tunnelblick beschreiben, der einen nicht zurückschauen lässt. Wenn ich das tue. Scheiße, ja, in den letzten drei Jahren habe ich mehr erreicht als in den 30 davor. Und doch sind wir gefühlsmäßig mehr im Hier und Jetzt. Allein zu wissen, was ich erreicht habe, reicht nicht aus. Ich müsste das mal genießen können. Ein Punkt, der oft angesprochen wird, wenn auch aus falschen Gründen. Nämlich, dass man einfach mal zufrieden sein kann und nicht immer und überall vorankommen muss. Vollkommen richtig. Nur muss ich das die Waage halten und damit einhergehen, dass man nicht stehen bleibt. Das Gegenteil von meinem aktuellen Zustand. Aus Faulheit, weil man es nicht anders kennt oder weil man keine Perspektive oder Motivation hat. Ist auch nicht gut. Nur das, was ich hier gerade treibe oder auch vor allem das letzte Jahr getrieben habe, das ist das andere Extrem und das halte ich kein weiteres Jahr durch. Ihr seht so von außen, ich bring zwei Videos die Woche. Man könnte meinen, das sollte machbar sein. 100%. Was ihr nicht seht und woran ich euch nicht teilhaben lasse, das kommt allerdings noch dazu und das ist es, womit sich sicher viele von euch identifizieren können. Nicht exakt damit, aber um euch ein Gefühl dafür zu geben und euch abzuholen. Also, dahinter stehen im Schnitt 15 Stunden Coaching pro Woche. Das sind ehrlich gesagt meine kleinen Highlights, denn darin glänze ich für mich. Also, darin gehe ich einfach auf. Das seht ihr vielleicht in den Livestreams. Gebt mir da ein Thema und ich haue euch mein gesamtes Wissen dazu um die Ohren. Ich rede mich in den Rausch rein. Vergesse alles um mich rum. Die sind jetzt aber auf bestimmte Zeiten begrenzt, damit ich mich in der restlichen Zeit auf anderes konzentrieren kann. Ich denke, wenn ich das konsequent auch in den anderen Bereichen durchziehe, könnte das mit ein Weg für mich aus diesem Tief raus sein. Aber weiter. Ich versuche immer so viele Kommentare wie möglich zu beantworten. Warum? Weil es weiterhin einen Mehrwert bietet und die Videos selbst damit quasi erweitert. Für die, die Hilfe suchen und drunter auch ein bisschen runterscrollen. E-Mails kommen pro Tag ca. 20 neue. Ich beantworte schon lange nicht mehr alle, sondern arbeite mit Vorlagen, die aufs Coaching, den Discord-Server oder die Möglichkeiten auf einen Zuschauerbeitrag verweisen. Ich weiß, ihr habt eure individuellen Situationen, aber die Zeit lässt es nicht zu, dass ich mir das überhaupt durchlese, was ihr da schreibt. Für manche kommt es bestimmt hochmütig rüber. Andere werden es verstehen. Das tut für mich tatsächlich gar nichts mehr zur Sache. So dick ist mein Fell inzwischen. Ihr seht, was dabei rauskommt, wenn ich versuche, jedem Einzelnen individuell zu helfen. Wobei man jetzt argumentieren könnte, dass ich es vielleicht doch zu nah an mich ranlasse, nicht mehr jedem Einzelnen helfen zu können. Kann sein. Vielleicht. Die Art, wie ich nach außen damit umgehe, ist in meinen Augen manchmal verdammt hart. Ich sehe Einzelschicksale, die 90% derer übertreffen, die sich subjektiv empfunden am Tiefpunkt befinden. Das hältst du nicht von dir fern, jedenfalls nicht komplett, selbst wenn du es dir selber einredest. Zusätzlich bin ich im dritten Jahr dieser Selbstständigkeit. Das heißt, im Sommer hat mir das Finanzamt Druck gemacht, umsatzsteuerpflichtig. Alles soweit kein Problem. Ich meine, ich habe mein Geld zusammengehalten. Blöd bin ich nicht. Ich war früher Buchhalter. Buchhaltung nebenher läuft. Auch die Vorauszahlungen für nächstes Jahr und für die letzten drei Quartale waren nicht lustig, aber es ging. Das Wissen darum, dass die Krankenkasse jetzt den Höchstbetrag fordern wird, den sie ansetzen kann und für die letzten zwei Jahre die Differenz von knapp 700 Euro im Monat nachfordern wird. Aber auch das. Alles gut. Ich verdiene gutes Geld. Ich komme mehr als nur über die Runden. Stichwort Säule des Lebens. Job. Finanzielle Sicherheit. Aber es ist grenzwertig. Ehrlich gesagt kommen dadurch alle Säulen zu kurz. Die Was-brauche-ich-Ziele werden für mich im Moment gerade absolut nicht mehr erfüllt. Ich bin nur noch am Funktionieren und dadurch habe ich nicht die Möglichkeit, am Innersten zu arbeiten, weil ich keine neuen Impulse mehr bekomme. Wobei das auch nicht ganz stimmt. Der Impuls in mir schreit quasi, dass es so nicht weitergeht und ich ignoriere ihn. Beziehungsweise habe ihn ignoriert. Ein Urlaub, wie er mir von vielen empfohlen wird, kostet mich um einiges mehr als den normalen Arbeitgeber. Nämlich den Urlaub selbst, mein Einkommen in dieser Zeit, Nerven, weil ich vorarbeiten beziehungsweise nachholen muss und ich kann nicht abschalten. Das ist ein generelles Problem. Ich arbeite quasi immer. Ganz selten habe ich Zeiten am Tag, an denen ich bewusst nicht aufs Handy oder auf den Bildschirm schaue. Ich denke permanent über meinen Job nach. Ich sehe Beziehungsdynamiken in jeder Situation, in die ich mich begebe und ich bin wieder mittendrin. Entspannen ist nicht. Das ist mein Hauptproblem. Ich kompensiere die fehlende Zeit damit, dass ich gelegentlich in alte Muster zurückfalle oder damit, dass ich das Geld, was ich mehr verdiene, in teure Hobbys oder Sammelkram stecke, der mir kurzfristiges Hochbeschert. Das ist mir vollkommen klar und doch müsste man das Problem bei der Wurzel packen und sich nicht immer weiter reinsteigern. Die Zeit vergeht sauschnell, weil ich halt nur am Arbeiten bin oder zumindest im Kopf keine klare Trennung zwischen Arbeit und Freizeit habe. Mich mal für eine Stunde in der Woche hinsetzen und die Aquarien sauber machen, verkommt nach und nach von einer Art Meditation und was Schönem zu Stress, weil ich noch so viel auf der Liste habe, was ich erledigen will und muss. Ich schaue kaum noch rein. Also wo ich früher genießen konnte, mich an die Bar zu setzen und einfach nur in dieses verdammte Aquarium zu schauen und mir nichts zu denken, gar nichts, nada, wird jetzt absolute Normalität. Unproduktivität und es frustriert eher noch. Ich verlerne meine Routinen, weil sich Tag- und Nachtrhythmus verschieben. Ich schlafe gut, aber morgens zu lange, weil ich nachts bis drei wach bin und was fertig machen will. Ich stehe frustriert auf, weil es schon zehn ist, ich das erste Coaching um elf habe und ich um sieben aufstehen wollte, um noch was davor zu schaffen. Aber früher schlafen gehen ist auch nicht, weil mir so viel durch den Kopf geht und das Jahr an mir vorbeizurasen scheint. Unproduktivität ist dann tatsächlich die Folge oder zumindest gefühlte Unproduktivität, was einen weiter in das negative Gefühl reinbringt. Weiter im Text. Ich habe gegen Ende des Sommers eine Ausbildung in die Sprecherrichtung gemacht, um mich stimmlich weiterzuentwickeln und mir ein zweites Standbein aufzubauen. Nicht mehr darauf angewiesen zu sein, ob jederzeit Coachings reinkommen. Das war der Hintergrund. Außerdem macht es einfach Spaß, Hörbücher einzusprechen und ja, Voice-overs zu sprechen, das ist, ja, es macht einfach Spaß. Hier im Coaching und in den Videos habe ich die Emotionen komplett im Griff. Im Leben, so gut es geht und glaubt mir, das geht wirklich gut. Die nötige Kontrolle ist einfach irgendwo da. Das Einsprechen hat eine schauspielerische Komponente und da lässt man seinen Emotionen der Figur entsprechend einfach komplett freien Lauf. Das ist anstrengend, wenn man es nicht gewohnt ist. Aber ja, extrem erfüllend ist es dann, wenn man den Satz spricht, Sie hörten, gelesen von Florian Emmert. Das ist ein tolles Gefühl, aber etwas, was halt auch sehr viel Zeit frisst, bis man da ankommt. Jetzt ist es nicht nur so, dass ich nur mit Coachings, Skripten, E-Mails, Buchhaltung und so weiter beschäftigt bin. Jetzt habe ich theoretisch immer was zu tun. Also in Pausen, wo ich früher Pausen gemacht habe oder nichts mehr zu tun hatte, weil ich fertig war für den Tag, kann ich jetzt rüber ins Studio, mich hinstellen und einfach einsprechen. Vorher war es ja quasi schon so, Skripte kann man immer schreiben, aber irgendwann ist man auch teilweise ausgebrannt oder denkt sich, okay, jetzt reicht's mal. Ich habe weit genug vorgearbeitet. Ich habe insgesamt über die letzten Jahre 80 bis 90 Stunden Wochen auf 60 optimiert. Und was mache ich? Ich suche mir einen neuen Job, der mich wieder 40 Stunden plus kosten kann. Training bleibt auf der Strecke. Ich esse unregelmäßiger. Ich kipp Energydrinks und Kaffee wie ein Bekloppter, damit ich mich auf den Beinen halten kann. Ich schlafe unregelmäßig und frustriere mich selber mit dem Gedanken im Hinterkopf, nur noch ein bisschen durchhalten. Das nächste Erfolgserlebnis kommt schon. Den Kurs, den ich letztens gemacht habe zum Thema Bindungstypen, den habe ich jetzt ein Jahr lang vor mir hergeschoben und jetzt endlich innerhalb von fünf Tagen erstellt. Alles, was ich dazu weiß, habe ich da reingesteckt. Da bleiben keine Wünsche offen und in meinen Augen kann man sich damit sogar das Buch »Warum wir uns immer in den Falschen verlieben« sparen. Eben weil dieser Kurs weit über dessen Grundlagen hinausgeht. Und das war das Ziel. Ziel erreicht. Sau geil. Und jetzt? Neue Höhen anstreben? Nicht so. Ich kann so nicht weitermachen. Ich kann vor allem nicht was vorleben, was komplette Selbstschädigung beinhaltet und euch erzählen, wie ihr euer Leben in den Griff bekommen sollt. Ich muss für mich selber ganz unten ansetzen. Beim Schlaf, bei meinen Routinen, die mich so weit gebracht haben anfangs. Bei einem Leben, in dem ich glücklich war, nicht weil ich in dem Moment weit gekommen bin, sondern weil ich Kapazitäten hatte zu fühlen und bei mir selber zu sein. Gerade ist alles davon bestimmt, was ich leiste. Und das blockiert mich nur selber. Es zieht mich runter. Wie oft wurde ich in den Kommentaren und von Menschen, die mir nahestehen, von einem Burnout gewarnt. Ich würde nicht so weit gehen, zu sagen, dass es schon so weit ist. Aber es geht hierbei auch stark darum, seine eigenen Grenzen auszuloten und zu kapieren, wo die auch wirklich sind. Und ich habe meine Grenze erreicht. Heute ist der 10.11.2023. Das Video wird an Weihnachten rauskommen. Erstmal frohe Weihnachten euch allen. Und ich hoffe, es zieht euch nicht runter, sondern es gibt euch wieder eine neue Perspektive auf das Ganze. Dieses Jahr wird es zu Weihnachten keine Rabatte geben. Nicht, weil ich es euch nicht gönne oder nicht auf die Idee komme, sondern weil das hier ein Umbruch für mich selber sein soll. Ich werde heute bei meiner Familie sein, danach die Zeit zwischen den Jahren nur vereinzelt mit der Arbeit verbringen und dann mit neuen Vorsätzen. Ich weiß, es ist ein scheiß Klischee, aber es passt im Moment gerade so gut. Und ich fange im Hier und Jetzt an, also am 10.11. damit. Ich werde mit einem veränderten Framing ins neue Jahr gehen. Das, was ich jedem von euch immer wieder sage, nur in anderem Kontext. Fokus auf mich. Damit ich weiterhin quasi für euch da sein kann. Von der Außenwahrnehmung werdet ihr vermutlich wenig Veränderung feststellen. Die Shorts sind aus den Livestreams mit einer KI automatisiert. Zwei bis drei Videos werden kommen. Aber hinter den Kulissen fange ich wieder klein an. Schlaf, Training, Ernährung und wieder ein Bewusstsein für die kleinen Dinge schaffen und mich selber wieder mehr darauf konzentrieren, was ich im Moment tue und fühle. Und dann ein Konzept, mit dem ich mir festere Arbeitszeiten und Kapazitäten für einen kreativeren Prozess in festen, geregelten Zeitpunkten schaffe. Ich war zu lange und zu weit aus meiner Komfortzone raus. Und es hat dafür gesorgt, dass meine Grundlage nicht mehr stabil war. Ich habe mich überschätzt. Das ist absolut menschlich. Aber es darf keine Gewohnheit werden. Und vor allem muss man sich dessen bewusst sein und auch was dagegen tun. Alles, was ich euch erzähle, muss erstmal bei mir selber greifen, damit ich meine Erfüllung drin finden kann, es euch weiterzugeben. Was ich im Moment gerade an Videos mache, erfüllt mich nicht. Es ist einfach, es ist meine Überzeugung, ja, aber es ist gefühlt Geschwätz. Es ist, ja, mach dies, mach das, mach jenes. Dabei, ja, vielleicht halte ich mich dran. Vielleicht halte ich mich an gewisse Dinge. Vielleicht nutze ich die für mich. Die haben mir mal geholfen. Aber im Moment ist es einfach nur Wiederholung, Wiederholung, Wiederholung. Ich bin da nicht drin im Moment. Und das soll wieder kommen. Alles andere fühlt sich nicht gut an. Und das ist es, was man für sein langfristiges Glück braucht. Für das Gefühl. Die Kontrolle ist gut, um einen Rahmen zu schaffen. Aber ohne das gefühlte Glück, also das Auskosten der Erfolge, den Kapazitäten, sich wieder mit sich selber ins Reine bringen zu können, da ist die ganze Arbeit nichts wert. Zumindest an dem Punkt, an dem ich jetzt stehe. Und ich fange jetzt mit dem Ganzen an. Und wenn ihr das hier hört, habe ich hoffentlich alles soweit schon wieder auf der Reihe und nehme mir dann, wie gesagt, nochmal die benötigte Zeit. Und ich bitte euch, macht's genauso. Vielleicht fällt euch das nicht sofort auf. Aber wenn ihr merkt, dass alles zu viel wird. Keine Symptombekämpfung, Ausgleiche durch schnelle Bedürfnisbefriedigung oder Pseudo-Optimierung. Wir müssen auf einer stabilen Grundlage aufbauen, und die alles andere im Gleichgewicht hält. Ehrgeiz ist gut, Selbstüberschätzung nicht. Macht's gut und bis zum nächsten Video.